Hallo, wie lange läuft der Rechner eigentlich schon? Diese Frage kann der Befehl uptime beantworten. Terminal öffnen, auf Anwendung, Zubehör, Terminal klicken und Uptime, Enter eingeben. Uptime übrigens ist der englische Begriff für Betriebszeit des Rechners. Die aktuelle Zeit wird angezeigt, wie lange der Rechner im Betrieb ist, die Anzahl der momentan angemeldeten User und die mittlere Systemauslastung der letzten Minute, der letzten fünf Minuten und der letzten 15 Minuten. Per Kommando cat, Leerzeichen, Schrägstrich, P-R-O-C, Schrägstrich, Uptime, Enter, wird die Betriebszeit in Sekunden angezeigt und wie lange der PC im Leerlauf war. Ciao und viel Glück!